Servus, Hi und Willkommen in der Carport-Werkstatt. Ja, was mache ich? Ich mache Projekte aus Holz überwiegend, aber auch alles ringsherum um Garten und Haus und Renovierungsarbeiten. Mein Hauptaugenmerk liegt darin, dass ich eben versuche, alles möglichst günstig und selber zu realisieren. Ich habe noch einige Projekte vor mir, wo ich dann einzelne Videos darüber machen werde. Vorne weg noch, ich bin kein Handwerker, ich habe mir das meiste alles selbst angeeignet, für Fehler oder für die nicht richtige Ausführung. Ja, dann fragt dann, der das besser kann als ich. Ich mache so, wie ich denke. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Schaut euch meinen Kanal an, wenn es euch gefällt. Bei mir geht es rings ums Haus, ums Holz, um die Werkstatt-Einrichtung und halt versuchen, das alles möglichst gut, aber auch günstig herzustellen. Bleibt dran, wenn es euch gefällt. Ciao.